Hi liebe Leute willkommen zurück zu einer neuen Folge von Xbox Super Mario Maker. Ich habe wirklich ein helfendes Element gefunden, mit dem wir zu genug Video haben, nämlich die Blocke. Damit können wir uns hochbauen, bei Elemente. Ach, oh, krass ne. Wir cheaten. Ja, wir cheaten, aber bei dem Level, wenn wir fast eine halbe Stunde jetzt ein paar dran setzen, dann let's cheaten eine Runde. Ich bin da sehr offen, was das cheaten betrifft. Ja, und das haben wir gerade eben diskutiert. Wir cheaten. Aber Jossi brauchst du trotzdem. Ja, ich weiß, aber davor baue ich. Ja, aber das ist doch dann wieder weg, wenn du wieder, du darfst es erst spawnen, wenn du mit Jossi da bleibst, sonst respawnt das dann, wenn du wieder da bist. Ach so? Also behaupte ich, du darfst dich auch respawnt. Und ich mag eins eher, dass du dich dann nur hochbaust im Sinne von, ach, du baust dann eine Treppe. Ja, ich baue eine Treppe. Ah. Ich dachte, du willst einen anderen von diesen Dingsblocken hochbauen. Boah, gute Idee. Treppe ist gute Idee, wenn du dabei. Ah! Na, Yoshi! Der Cheater wurde gecheatet. Von dem Spiel. Der Cheater sterbt. Nicht cheaten. Das Spiel sagt uns, nicht cheaten, bitte. Wir scheiß drauf. Aber genüsslich. Schau mal, das kann ich besser. So. Jetzt knall dir. Krall dir. Krall dir. Jossi wollte es sagen. Jetzt knall dir. Jetzt... 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 Ich bin Gamer Couch, bin 17 Jahre alt und verhälte mich wie ein Baby. Was sagt der Dieb? Was sagt der Dieb? Ja. Guck mal, die Katzen. Äh. Laut, wovon es gibt. Miau! Rumrubst. Und sonst was. Aber hey. Nessan ist ja alles Butter. So. Alles Butter, aber ohne Messer. Deswegen habe ich kein Brot mit Butter jetzt. Ja, sondern nur ein Brot und Butter und kein Messer. Ah ja. Ah ja. Ja. Das ist jetzt live. Das ist jetzt live. Das ist jetzt live. Das liebe ich. Uff. So, da ist jetzt einer noch. Meh. So, und jetzt baust du dich da hoch. Nö. Weit. 99 Blöcke ist halt ganz unnötig. Wenn wir schon cheaten dann schön. Aber die Zeit läuft ab glaube ich es oder? Nö. Also nö. Nö. Aber hallo. Aber hallo. Man kann ja sogar mit zwei. Hehehe. Du brauchst halt ein bisschen sehr groß hier, ne? Aber okay. Passt doch. Ja. Und da hat er alles schon rumgefahren. Das ist ganz normal. Ja, dünn ist. Das hätten wir am Anfang des Videos so machen müssen und sagen so. Seht was passiert ist? Wir haben gehackt. Joa. Aber so ist einfach. Seht was passiert ist? Wessen wir hat nicht ohne Grund als Hilfsmittel da 90 Blöcke rein gepackt. Das sind Lums wie ein Bier. Wie das sonst einfach nur dran verhalten. Bei jedem Level ist es das gleiche Hilfstelement. Drei Minuten. Ne. Glaub nicht. Drei Minuten haben wir jetzt gebraucht dafür. Und den letzten Part irgendwie Schwanzig. Da ist ein Goomba. Oh mein Gott. Ich mach weiter. Ah ja. Süß. Ja. Let's go. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ich liebe die Farbe Gelb. Aber den gelben Toad hasse ich. Der möchte nur Steinkörder. Ich spür Micro. Ja, der braucht uns doch zum Bauen für die Statuen. Und die sind wichtig hier im Pilzkönig-Weiß. Warte. Wir wechseln uns nach jedem Toad-Auto. Warte. Ja, nach jedem Game Over meinst du? Nein. Toad. Du hast nur keinen Bock auf die Schleppe. Gibt's Ruhe. Warte. Ich weiß. Das ist ja alles gut. Der letzte, der geht doch hier. Aber ich wollte es auch nicht viel besser machen. Ich gebe es das gut. Du hättest da oben überklettern müssen. Ich sollte auch von dauernd sagen, was wir machen müssen. Ich mache es selbst nicht besser. Es ist mir alle. Ich glaube, wir sind besser. Ja, legst du es hier mit mir an? Legst du es hier mit mir an? Nein, nein, das haben wir aber ganz. Ohne Brubel. Hier, drei Wochen vom Hausenhof, oder wie? Ah! Bein ange... ...hauen. Was wollte ich denn? Dass du den darfst in die Röre stecken musst, den Stein in die lange Röhre. Will ich den stecken. So. 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 Ja. Mit viel Skills. Und du hast nur noch ander Sekunden. Da ist ein neues Katzen. Ah, ich musste ihn aber erst mal kennenlernen. Ja, also diese Bienen. Und für die war jetzt erst AIDS pur. Ehe. Danke. Meint er, dass der Block genügend Kraft hätte, um das alles wegzuholen. Aber nein. Nein, das ist so schrecklich. Du musst nicht irgendwo da hoch befördern. Uff. 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 15 Sekunden ist machbar Ah du musst jetzt unten Dücken Du musst ihn lieber dücken lol LOL das hast du Falls du auch so dass viel kommt Das bist du schart Das hast du Das wärs jetzt sonst gewesen Ich wollte nicht weiter hoch Nein Jetzt miau nochmal als passt das Miau Miauu Was ist jetzt noch Oh Mann hier So und jetzt ist das nächste fertig Oh ein schöner fetter Fiss Geil Du kannst eigentlich nicht mehr Zeit im Spiel zu behalten Ja Das ist ja für das nächste Mal hier Jetzt müssen wir das mit der Cloud Speiserung machen Das muss erst herausfinden Weil ich will jetzt nämlich alles speisern Aber wenn wir das alles nochmal spielen müssten wäre es halt jetzt heiß her ne Ah Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein das Level ist halt Boah Alter wenn die ganzen Viel Spaß Ey 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 du bleibst schön hier Ich bin nicht mit dem ganz dumm gesammere hier alleine Was Als ob der durch die Erde durchgeht Das ist doch nicht möglich Ok wie viele Minuten hast du noch Fünf Wirklich? Fünf Ja fünf Gut dann sollst du das Video spielen Wie willst du? Dann solltest du das Video spielen Warum? Dann solltest du das Video spielen Weil wir es dann ins Verboten schaffen Hahaha Hallo Jetzt hier Boah It's all level Ich nehme hier einfach mit dem Trend mit If you know da komm's nach oben Irgendwas will dass ich hier dann gehe Oh komm Fatsen Wie hilf mir HILFt mir Ja das Wasser kommt jetzt wieder und dann Sim ich wieder nach oben Wart na Als ob die auch die Uhrensöhne Als ob die den Scheiß auch noch wegmachen besser ist doch alles ganz nett ich glaube hier sind wir dann wieder nein block kann ich auch nicht direkt einfach hier über den kanzler das mit mario kann man es bringen dann fällt es direkt um hab ich noch nie so einen schlechten videospieler gesehen so einen richtigen schlechten game also da hast du eine ansage da ist die tür jetzt wenn die videos machen wir haben likes mit mir ja voll hallo das ist das für eine scheiße ich will gut ne ja 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 das werk macht ganzen wind hier das ist echt nicht schwer wenn man drüber nachdenkt und eh voilà ist mir egal ich will nicht ganz hoch also meine augen sind immer noch da also ha ha schauen wir doch mal die letzte trophäe die letzte oh mein Gott ist so süß ein koopa ein koopa ein koopa geil was Ende Ende DAS ENDE das war der letzte part in fast eine halbe stunde ging geht der jetzt noch 13 minuten auf Ausnahmetest des Gründen ich bedanke mich sehr für das so sound im nächsten part geht es wieder weiter macht es gut meine lieben freunde also weiter geht es nämlich noch nicht weil ich das games zuerst noch zurückgeben muss denn ich habe es im ersten part erklärt das Spiel kompliciert irgendwann geht es mit dem auch mehr gewaltende Tage ich hoffe auf Cloud Spicerung ja dann dauert es etwas länger aber ich hoffe nächstes Mal Cloud Spicerung sehr Dank wir werden sehen und ich bedanke mich herzlich zum zusehen macht's gut bis nächstes mal und zauber